Guten Morgen, wir haben hier einen schönen 340 B58, der bekommt das niegelnagelneue Aventuri Intake. Ich hole den Brocken mal. Wie bei Aventuri üblich extrem sexy, extrem Vollcarbon, so wie 1A verarbeitet, inklusive natürlich dem Luftleitblech, das da noch vorne in die Nieren kommt. Ich glaube, wir werden den Spaß jetzt mal einbauen. Leistungsmäßig kann man davon nicht so viel erwarten, aber deutlich schickeres Ansprechverhalten und ein extrem geiles Ansauggeräusch, wenn wir nachher mal versuchen einzufangen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los, bauen das Ding ein und dann zeigen wir euch ein paar Fahrvideos. Macht's gut! Es kommt mit dem Weg zum Beispiel und es ist zтаки Picker und kira die Einmal ebenso, deine Liebe zu den BGInnen-Geräusch ? Wir haben hier ein paar Worte aus und an Milk zu verraten. denn wir sind im Fernsehen, die Worte und wir haben hier einfach noch einen Einmal nur an der Welt und die Worte. Es gibt in den ersten Augen, die Wir haben hier schon getötet. Es gibt in den ersten Augen, die Worte sind noch nicht. Wir haben hier ein paar Worte und uns. Wir können zusammen mit denб delicachen und die Worte sind. Wir wollen uns hier drühen. Und wir wurden von den Worte und an das Wasser. Ich brauche gleich mal einen Halt. 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 Ja, Bilingo. Ja, klingt auf jeden Fall ziemlich sexy. Das Ansprechverhalten ist eigentlich auch ziemlich geil. Ja. Was? Ihr seid hier strafrechtlich. Nein, wir sind auf der abgesperrten Beststrecke. Also Passgenauigkeit wie bei Aventuri immer eigentlich perfekt. Einbauzeit, wie lange haben wir gebraucht? Mit Zigarette? 25 Minuten. Länger eigentlich nicht. Achso, du filmst gar nicht, oder? Doch. Du filmst doch. Ich hoffe, man hört das echt auf dem Scheiß-Video. Ja. Ja, bremsen. Achso, wir werden geblitzt. Ich soll mal irgendwas cooles machen. Achso, du filmst doch. Achso, du filmst. Achso, du filmst das auch. Achso, achso. Achso. Outro Outro